Ha! Was ist heute dein großes Ziel? Du wirst mir diese Digitalkamera verkaufen, weil du es kannst. Jimbo! Das ist die Alpha 700. Na sehr gut! Fünf Bilder die Sekunde. Das kannst du besser. Komm, 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 komm. Die ist jetzt im Angebot. Die nehm ich! Speicherkarte? Nehm ich! Kameratasche? Nehm ich! Stativ? Nehm ich auch! Ich würde sagen, wir beide gehen mal zum Fernseher. Jimbo! Mediamarkt. Ich bin noch nicht blöd. Das kauf ich euch ab!